Jetzt scheint die Katze aus dem Sarg, Sylvie Mais ist offenbar wieder in festen Händen. Sie postete ein Foto von ihrem neuen Glück. Jetzt scheint es offiziell, Sylvie Mais ist offenbar wieder vergeben. Auf ihren Instagram-Account teilte sie am Donnerstagabend ein Foto von sich und ihrem womöglich neuen Freund. Eng schmückt die 40-Jährige sich darauf um die Talie eines jungen Mannes und lächelt dabei verliebt in die Kamera. Das Ganze kommentierte sie noch recht wortkarb mit einem Herzchen. Bereits Ende November verriet Mais auf einer Veranstaltung der Bild-Zeitung, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe, Ja, ich date. Sylvie Mais, das Sternchen aus den Niederlanden. Die niederländische Moderatorin begann ihre Fernsehkarriere 2003. In Deutschland wurde sie unter anderem aufgrund ihrer Hochzeit mit dem Fußballstar Raphael van der Vaart, 35, bekannt, mit dem sie viele Jahre gemeinsam in Hamburg lebte. Im Januar 2013 gab das Ehepaar die Trennung bekannt. Im Dezember folgte die Scheidung. Mais wohnt bis heute mit ihrem Sohn in der Hansestadt und war von April bis Oktober 2017 mit dem Geschäftsmann Schabel Katz verlobt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.